Ein Abend im Juli war heiß und nass. Wir konnten nicht schlafen. Komm, wir gehen ein bisschen raus, sagte Stella. Wir nahmen unsere Mäntel und verließen das Hotel. Aus einer Kneipe an der Torstraße hörten wir Gesang. Eine Gruppe Soldaten in dunklen Uniform war dort eingekehrt und trank. Stella hielt mich an der Hand. Lass uns da rein, sagte sie. Ich blieb stehen. Ich will singen, sagte sie. Innen waren die Scheiben pfeucht vom Menschendampf. In der ganzen Stadt war es finster, der Strom war abgestellt worden, Öllampen erhellten die Kneipe. Vor den Fenstern standen Pappen, damit kein Licht nach draußen drang. Ein paar Soldaten hatten ihre Jacken ausgezogen und lehnten den Unterhemden am Tresen. Sie sahen aus, als wären sie früher am Abend alle gemeinsam zum Friseur gegangen. Jeder hatte seine Blutgruppe auf den inneren linken Oberarm tätowiert. Es waren viele junge Frauen in der Kneipe, die dunklen Wermut aus Wassergläsern tranken, hinterm Tresen bedienten Mädeln mit geflochtenen Zöpfen. Stella fragte ein Mädchen, wer die Männer waren, und es sagte mit glänzenden Wangen, das sei die SS-Panzergrenadier-Division-Wiking, morgen früh führen sie an die Front. Die Luft roch nach saurem Schweiß und dem Parfüm der Mädchen nach Falsch-Miasmin. Stella ging an den Tresen, sie bestellte zwei Berliner Kindl. Wir standen dicht gedrängt und tranken stumm. Das Bier schmeckte nach Spülmittel. Komm, jetzt sei mal nicht so langweilig hier, sagte Stella. Ab und zu stimmte einer der Männer ein Lied an. An den Anblick von Soldaten hatte ich mich fast gewöhnt, aber diese waren anders. Sie tranken mehr, sie redeten lauter und alle waren größer als ich. Ihre Uniformen waren dunkel. Stella sang die Lieder mit. Es war laut in der Kneipe. Jeder Schuss ein Russe und dann wird der Itzig aufgerieben, sagte ein Soldat mit tiefer, satter Stimme. Er sah gut aus und sanft wie die Senna von Montblanc. Unter das rechte Schlüsselbein hatte er ein paar griechische Buchstaben tätowiert. Mein Altgriechisch war schlecht, aber das konnte ich lesen, weil ich die Geschichte dazu kannte. Molonlabe stand dort. Stella lachte und hob ihr Glas, als das Wort Itzig fiel. Einer der Männer brüllte Sieg und reckte seinen Arm nach oben. Stella rief auch Sieg. Der tätowierte Soldat bestellte zwei Gläser Kornbrand an der Bar und stieß mit Stella an. Er sagte ihr etwas ins Ohr, das ich nicht verstehen konnte. Sie lachte. Er bestellte mehr Korn. Mir gab er kein Glas. Stella drehte sich mit dem Rücken zu mir. Der Tätowierte schaute mich über ihre Schulter an. Neben mir stand ein schmaler Mann, den ich erst übersehen hatte. In der Hand hielt er ein Glas Mineralwasser mit Kohlensäure. Er war höchstens 20 Jahre alt, trug keine Uniform, sondern ein raues Hemd aus Leinen und hatte einen akkurat gelegten Seitenscheitel, den er mit Pomade fixiert hatte. Er stieß mir sanft den Ellenbogen in die Rippen und beugte sich nah zu mir. Dein Mädchen? fragte er. Ich nickte. Und der Kerl? fragte er. Der ist doch Soldat, sagte ich. Der junge Mann neben mir lächelte. Darf ich das für dich klären? fragte er. Der Mann war klein und blass. Er hob die Linke mit dem Wasserglas auf Höhe des Jochbeins. Berliner Meister im Weltergewicht, sagte er. Boxer? fragte ich. Ehemaliger. Keine offiziellen Kämpfe mehr. Warum nicht? Darf nicht, sagte er. Ich sah den Schmerz in seinem Gesicht. Ich bin Fritz, sagte ich und griff nach seiner Hand. Noach, sagte er, sodass jeder es hören konnte. Ich erschrak. Der Tätowierter hatte eine Hand auf Stellas unteren Rücken gelegt. Mir war heiß. Mein Magen fühlte sich an wie verdorben. Sag diesen Namen lieber nicht so laut, sagte ich. Warum nicht? fragte Noach. Die Decke der Kneipe war mit Holz verkleidet, in den Ecken blühte Schimmel. Ich könnte einer von denen sein, sagte ich. Bist du aber nicht, sagte Noach. Für einen Moment streiften seine Lippen mein Ohrläppchen, so nah kam er. Willst du mal einen Untermenschen boxen sehen? fragte er.